Und damit willkommen zum DHT oder auch Finsterherz Dickicht genannt Guide. Der wird wieder auf 20 gespielt. Wir haben ein paar gute Leute dabei, paar nicht so erfahrene Leute dabei. Die Erfahrung ist trotzdem aber, dass wir gesagt haben, wir machen ein bisschen weniger Schaden, damit wir Zeit haben, die Mobs zu erklären. Dieser Guide ist dazu gedacht, mit einer Gildengruppe oder auch mit Randoms, das erste Mal 20er zu schaffen. Das sind keine Big Pulls, das ist ganz gemächlich und auch dazu da, um die Grundmechaniken zu verstehen. Das erste, was hier passiert, ist meistens der Tank, der random unterwegs ist, pullt hier Big, damit man alle Cooldowns nutzen kann, damit man Bloodlass nutzen kann, pullt die Mobs, pullt die Mobs und auch den Bär, der im Hintergrund ist. Wenn ihr mit einer Gildengruppe dabei seid, pullt ruhig beide Gruppen, aber pullt nicht den Bär dazu. Zeit ist hier nie das Problem. Wenn ihr allerdings die ganze Zeit hier jetzt vibet und dadurch dann fünf, sechs Minuten an totes Zeitpunkt überdings überschreitet, ist schon problematisch. So, hier müssen wir erst mal verstehen, was überhaupt für Mobs dabei sind. Wir haben die Tiger. Tiger sind schon mal sehr, sehr wild. Die chargen einen Ranged an und hinterlassen eine Art Krallendebuff. Dieser Krallendebuff ist ein ganz normaler Blutungsschaden, der wie bei vielen anderen, zum Beispiel bei den Hexen in Rayquest Manor, so funktioniert, dass er so lange drauf bleibt, bis du über einen gewissen Wert geheilt worden bist. Es müssten 90% gewesen sein. Da muss der Heiler also dementsprechend darauf aufpassen, um, genau, 90%, dass er diejenigen sofort heilt. Also als Heiler, wenn du hier reingehst, geh mit CDs an rein, weil die chargen sofort und du willst sie sofort wegheilen. An alle CDs, versuch mit so viel Dev-CDs zu arbeiten, damit, wenn ihr angecharged werdet, automatisch schon durch den aktiven Dev-CD überhaupt gar nicht unter 90% fallt. Guckt, dass ihr den Gesundheitsstein nutzt, guckt, dass ihr Dev-CDs nutzt. Wichtig sind auf jeden Fall auch noch diese komischen Raben. Da ist so ein Rabe und da ist so ein Rabe. Die casten so einer Disorientierungssauber. Das müsst ihr kicken, interrupten, stunnen. Wie gesagt, wir machen als Eimer, wenn ihr alles wisst, dann wisst ihr auch, wie man das Pack spielen muss. Also Dev-CDs ziehen. Die Jungs können weiterzunehmen. Die sind jetzt gerade da. So, und jetzt hier, da ist der Cast. Kick. Bam. Was kommt noch? Jump. Da. 90% heilen. Was kommt noch? Despair. Kicken. Stunnen. Interrupten. Grippen. Screech ging durch. Da ist ein AOE-Blind. Perfekt. Dev-CD ziehen. Einschläge dodgen. Kicken. Stunnen. Kicken. Stunnen. Und macht einfach. Drückt einfach alle Tasten. Nehmt eure Hand. Und drückt alle Tasten, die ihr habt. Die ganzen, im Zauberbuch. Hearthstone. Ist egal. Drückt einfach eure Tasten. Nicht nur Damage geiern. Einfach alles drücken. Dann ist der Pool auch überhaupt kein Thema. Die Affixe ignorieren wir jetzt mal so ein bisschen, weil die sind jetzt nicht unbedingt Teil des Guides. Und damit kommen wir zum Bären. Der Bär hat einfach nur zwei Mechaniken. Die erste Mechanik habt ihr schon gesehen. Er fängt an, so eine Art AOE zu machen. Der macht nicht so viel Schaden. Aber er hinterlässt einen Debuff. Da seht ihr den. Und der Debuff bedeutet, du bekriegst von dem nächsten Debuff, oder nächsten Raw, 20% mehr Schaden. Als Heiler und als DD wisst ihr also, zum ersten braucht ihr nichts ziehen. Zum zweiten braucht ihr auch nicht unbedingt was ziehen. Der kommt jetzt. Achtung. Drei, zwei, da. Medding Raw. Und bap. Und jetzt seht ihr die Schwierigkeit. Jetzt haben wir schon 40% erlittenen Schaden erhöht. Das ist die Schwierigkeit bei dem Bär. Umso länger der lebt, umso länger er diese Shards macht, umso mehr Damage bekommen wir davon. Später im Dungeons haben wir sogar zwei Bären gleichzeitig. Nicht nur leben die dadurch länger, weil man halt Cleave Damage hat, sondern man stackt halt auch doppelt so schnell den Debuff hoch. Das muss man einmal verstanden haben. Und dann weiß man auch, dass man hintenrum lieber die Dev Cities sieht. Vorne rum lässt man sich einfach sozusagen weghalten. Die zweite Fähigkeit ist, dass da Ads kommen, die einfach nur langsam die Spieler verfolgen. Da einfach ein bisschen kiten, wegzählen, gut ist. Jetzt kommen wir zu so einem Assi-Pack. Da sind so diese zwei Vögel dabei. Diese beiden Vögel chargen auf die Position des Tanks. Wenn ihr selber Tank seid, guckt, dass ihr das irgendwo hinchargen lasst, wo keine Leute stehen und lasst euch das nicht irgendwo hinchargen, wo eventuell ein Pack steht. Die beste Position bei den Ads ist natürlich jetzt einfach gegen den Stein. Jetzt kommt der zweite Tipp. Das ist leider buggy so ein bisschen. Wenn die Vögel einen Millimeter von einem Stein sind, haben die keine Möglichkeit zu laufen. Und dann werden die einfach random irgendwie chargen und alle stunnen. Ihr müsst denen also ein bisschen Freilauf gewähren. Wenn ihr das in der Hinterhand habt, dann wisst ihr auch, wie ihr das Pack hier macht. Einfach pullen und jetzt Achtung, der Charge kommt gleich. So, da ist Charge 1, da ist Charge 2. Ich sagte, bab, bab, beide gecharged. Da war zum Beispiel dieser Effekt, dass er, keine Ahnung warum, nicht genug Platz hat. Habt ihr es gesehen, dann hat er einfach random gecharged. Und dasselbe nochmal. Ich positioniere sie, positioniere sie, positioniere sie, hinter mir ist Platz. Da ist nix, da ist nix. Und Charge Nummer 1, Sidesap, Charge Nummer 2, bup, bup. Da oben, wunderbar, easy peasy. Macht das in Ruhe. Das sind die dümmsten Vögel des gesamten Dungeons. Da müsst ihr mal wirklich gucken, dass ihr das vernünftig spielt. Die meisten Leute sterben hier random. Ist fein, lauft wieder rein und gut ist. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, was ihr hier machen könnt. Entweder ihr drückt die ganze Leertaste, während ihr nach links guckt und geht hier hoch. Oder ihr geht durch die Lücke hier runter, je nachdem, ob ihr das Pack spielt oder nicht. Wir spielen das Pack-Ads einfach mal, weil wir keine Skip-Mechaniken hier schon nutzen können oder wollen. Hier dasselbe Prinzip. Was hat... Nix passiert. Okay. Reset. Nochmal von vorne rein. Hier dasselbe Prinzip, wollte ich sagen. Natürlich immer super geil für den Guide. Hier dasselbe Prinzip. Da sind wieder 1, 2... Habt ihr den Try-No-Live? Wuppa. Oh ne, ist nicht mehr live. Okay. Nochmal von vorne. Einfach Cut. Hier dasselbe Prinzip. Wir haben hier ein Tiger dabei, noch ein Tiger dabei, noch ein Tiger dabei. Das heißt, wir haben also drei Tiger schon alleine, die wenn die Chargen diesen D-Buff hinterlassen. Hier zählt dasselbe, was wir vorhin hatten. Also mit aktiven Def-CDs. Das gilt auch für mich als Tank. Mit aktiven Def-CDs hier reingehen und kicken die Mobs. Kicken, stunnen, gucken, dass ihr Def-CDs zieht. Das wegheilen. Zack. AOE-Stunnen rein. Zack. Da ist ein Kick. Der geht durch. Starshower auf den Boden achten. Da kommen auf den Boden Einschläge. Das braucht ihr nicht unbedingt kicken, weil das kann man dodgen. Dann lieber sowas wie Dispair kicken. C10, AOE-N. Nicht vergessen, da ist ein Affix. Hier Blubbel-Kuh hat einen Debuff. Rabbit-Port einen Debuff. Er hat aber schon Def-CD gezogen. Ihr seht also schon, die Packs können ganz schnell aus der Kontrolle geraten, wenn man nicht aufpasst. Vor allem, wenn man noch Affixe dabei hat, wo der Heiler wirklich Schwierigkeiten hat, nutz ruhig deinen Engel. Nino, dafür hast du den. Der ist off-key-CD. Sonst schaffst du nicht, die Leute hochzuhilen. Der Engel ist dafür da, um genutzt zu werden. Nutz ihn, nutz ihn, nutz ihn. Nutz den Engel. 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 So. Und jetzt heilst du dich einmal, zweimal. Zack. Siehst du? Der Engel hat erhöhte Heilung um 60%. Du heilst mit dem, solange der Engel drauf ist, heilst du 60% mehr. Und, äh, kriegen wir die noch? Maybe. Okay, haben wir noch. Das ist also nicht nur ein Cheat-Death-Effekt. Das ist ein Ich-Heile-Mehr-Effekt. Der Cheat-Death-Effekt ist von dem Guardian-Spirit nur nebenbei. Gut, hier, Star-Show braucht man nicht kicken. Kann man dodgen. Guckt auf den Boden. Desperg kann man kicken. Einschläge dodgen. Wir haben noch einen, so einen Fuchs dabei, beziehungsweise so eine Spinne dabei. Upp, da ist ein Einschlag nicht gedodgt worden. Kein Problem. Passiert. Und wenn sowas passieren sollte, einfach entweder wieder reinlaufen oder sich Battle-Retschen lassen. Eins von beiden. Und deswegen, also wir sind jetzt auf Fortify, 20 drin. 20 ist nicht der allerhöchste Key. Allerdings kann durchaus bei einer Gruppe, die nicht erfahren ist, sowas passieren. Macht euch darum kein Hackback. Deswegen pullt ihr auch langsamer. Right? Damit wir, wenn wir jetzt big gechain-pullt hätten mit den Chrissy zusammen, wäre vorbei gewesen. Macht dann langsam, macht in Ruhe, bufft euch nochmal, tauscht euch einen Keks aus, macht euch einen Tee. So, alle wieder ready. Flombo läuft auch wieder rein. Wunderbar. So, jetzt normalerweise kann man das skippen. Entweder man nimmt einen Unsichtbarkeitstrank. Das ist das hier. Potion of the Hushed Zephyr. Oder ein Warlock, also ein Hexenmeister, kann ein Gateway stellen von da nach da. Und dann kann man einfach drüber gaten. Oder wir haben einen Rogue dabei. Das können wir jetzt mal machen. Mach mal bitte Shroud. Und jetzt zeige ich euch, wie man das am besten skippt. Machen wir Shroud an kurz. So. Und was man macht, ist einfach nur, als Schurke wartet man hier, bis alle durch sind. Man läuft nicht vor als Schurke. Und dann einfach hier rechts an der Wurzel lang. Hier rechts an der lang. Man kann hier oben drauf springen. Muss man aber nicht. So. So würde es normalerweise gemacht werden. Wir zeigen aber, wie man das, wenn man das nicht skippen kann, weil man keinen Schurken dabei hat, trotzdem spielt. Und zwar, man fokussiert sich ein Add raus. Weil nochmal, die Fähigkeit ist ja, Raw, 20% erlittener Schaden erhöht. Affix hier, Affix da. Einschläge auf den Boden von den Adds. Raw, 40% Schaden erhöht. Und was jetzt als Tank passiert, du ziehst, du ziehst, du ziehst, du ziehst den rein. 300 Meter weg davon. Die Leute brauchen Platz. Die brauchen Luft zum Atmen. Die brauchen Luft zum Ausweichen. Und die brauchen dementsprechend Positionierungen, wo sie turreten können, also schienen bleiben können. Da nochmal ein Raw. Der hat schon richtig gut wehgetan. Wir sind mittlerweile bei 60% AOE-Damage. Und noch ein Medding Raw, der wird richtig wehtun. Bam! Jetzt haben wir schon 80% AOE-Damage. Jetzt müssen wir langsam gucken, dass wir natürlich so viel Damage machen, dass wir die Mops legen hier. Also haut mal rein mit dem Schaden hier langsam. So, die Adds sind da. Ich will den Boss nur nicht pullen. Wir ziehen noch ein bisschen weiter. Der wird wehtun. Vorsicht. Bumm! Gut geheilt. Sehr schön. Und ich zieh wieder. Ich zieh, ich zieh. Hier hinten ist ja nichts mehr. Ich zieh, ich zieh, ich zieh. Also die beiden Bären skippt man deswegen, weil die vor allem in höheren Keys Fortify, die leben einfach lange und kosten zu viel Zeit und kosten viel zu viele CDs. Und man würde halt, bevor man den Boss anfängt, hier so viele CDs rausballern, dass man die nicht mehr für den Boss hat. Ganz viele Gründe, warum man die beiden Bären nicht spielt. Wir haben es euch trotzdem gezeigt, wie man die spielen kann. Einfach indem man weit reinzieht, ja? Wenn ihr hier eine Wand seht, kein Problem. Einfach gegen die Wand laufen, die geht automatisch auf. So. Damit kommen wir zu dem nächsten Boss. Hier ist es halt wichtig, der Boss hat mehr oder weniger zwei Fähigkeiten. Er chargt den weitesten, entferntesten Spieler an. Also vorher schon mal einen Spieler designieren. Entweder der Heiler selber, weil er Leech hat, oder einen etwas sustainenden Range-DD. Und der bekommt immer den Blutungsschaden ab. Und der funktioniert genau wie der andere Blutungsschadung auch. Einfach über 90% heilen, dann ist er weg. Und danach springt er auch sofort wieder zurück. Und beim Zurückspringen macht er einen kleinen Frontel. Das heißt, bitte, bitte Melees. Steht niemals im Tank. Das ist Fähigkeit Nummer 1. Fähigkeit Nummer 2 ist ein Charge, den ich euch gleich erklären werde. Also Positionierung 1. Alle an den Boss ran. Und er chargt jetzt gleich. Und wirklich hier, in vier Sekunden chargt er. Und wichtig jetzt. Guck mal, wenn er zurückkommt. Da. Bam und bam. Habt ihr diesen kleinen Mini-Spalten-Effekt gesehen? Das sieht man gar nicht so gut. Da musste man drauf achten. So, einen Moment. Die Fähigkeit hier. Erzähl mir gleich. Jo. Kein Bone-Shield. Aua. Nochmal, ja. Er chargt weg. Und dann bam. Beim Zurückmachen, da müsst ihr als Mini aufpassen. Wirklich auf Max-Range zu stehen. Wirklich auf aller... Guck mal. Guck mal, wo die stehen. Ja, wenn ihr im Tank steht, nicht so geil. Ihr kriegt dann halt wirklich zu viel Damage ins Presse. So, nochmal. Charge. Und zwar... Einmal. Bumm. Bumm. Fondel gemacht. Fertig. Jetzt kann ich ziehen. Jetzt kann ich den ziehen, so wie ich will. Und jetzt kommt das nächste Effekt. Das ist die Fähigkeit 2. Er knockt den Tank weg. Und dann chargt er ihn an. Ich laufe seitlich. Und nju. Er chargt an mir vorbei. Auch da ist die Verantwortung. Wenn ich jetzt zum Beispiel in die Milis laufe. Guck mal, was passiert. Ich laufe in die Milis rein. Und pfft. Er hat alle gekläft. Right? Hat man jetzt nicht gesehen, weil er den einen da gedotcht hat. Aber das ist ein Problem. Also dieser Boss ist positionierungstechnisch extrem viel Tankverantwortung. Der muss alle paar Sekunden den Frontrail mit Absicht... Ich gehe noch ein bisschen nach hinten. Ich gehe noch ein bisschen nach hinten. Und ich ziehe auch jedes Mal, wenn er jumpt, noch ein bisschen weiter hinten. Damit die DDs nicht noch in mich reinlaufen. Ja? Hier haben wir noch einen Effekt. Man kann auch, wenn man dicke Def-CDs hat, dann einfach so tanken. Face tanken. Zack. Fertig. Und ich laufe wieder. Vorsicht. Jetzt hier wieder. Bis nach hinten. Nach hinten. Zack. Damit der Cleave keinen erwischt. Und jetzt habe ich Zeit. Jetzt kann ich zaufen. Jetzt kann ich laufen. Oh, fuck. Den müssen wir spielen, weil Dino ist tot. Warum bist du gestorben? Tier und lieb. Acht Sekunden. Okay. Engel ist nicht fertig gewesen. Gut. Wunderbar. Den können ich aber retzen. Kannst du annehmen. Der sollte fein sein. Wunderbar. So. Jetzt haben wir nochmal einen Charge. Wie gesagt, bei dem Charge einfach nur... Zack. Und dann einfach nur laufen. 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 Zack. Wichtig ist, wenn ihr ein Krieger seid oder wenn ihr ein Dämonen-Hunter seid, nicht zu früh wegleapten oder wegjumpen. Dann charget ihr noch mit R euch irgendwie an. Immer erst einfach nur wehdrücken. Das reicht auch schon. So. Die letzte Mechanik, die er kann. Er beschwört zwischendurch diese kleinen Ads. Und das ist das größte Geheimnis neben der Tank-Positionierung. Diese kleinen Ads haben 100% Priorität. Auch wenn ihr als Mili damit weglaufen müsst und ganz hinten ein Ad machen müsst. Macht das. Es ist scheißegal. Die meisten Leute wipen hier, weil so viel Scheiße auf dem Boden liegt, weil die Ads halt kontinuierlich am Kacken sind, dass sie gar keinen Platz mehr haben. Also als Mili gucken, dass ihr nicht in den Tank steht. Und zur Not, wenn ihr wisst, dass der Tank so ein bisschen gar keinen Plan hat und die ganze Zeit in euch reinläuft, dann geht zu jedem Jump ganz kurz mal aus der Mili-Range. Wenn ihr selber der Tank seid, achtet drauf, dass ihr sogar genau das Gegenteil macht. So ein bisschen prophylaktisch nochmal versuchen, die D-Dees nicht mit anzustecken, weil sie euch immer hinterherlaufen wie so Schimpansen. Und als Heiler guckt ihr, dass ihr zu jedem Sprung einen ganz kleinen Spontanzauber oder so einen Burst-Zauber ready habt. Vorher schon mal eine dicke Heilung ansetzen, weil ihr genau wisst, auf wem es kommt, auf Max-Range, wie gesagt. Und dann sollte auch das Wegheilen davon überhaupt kein Thema sein. Und dann habt ihr den ersten Boss eigentlich auch schon gut gemeistert und gut gespielt. So, jetzt kommen wir zum zweiten Abschnitt. Also, hier geht es direkt weiter. Wir haben hier Pflanzen. Diese Pflanzen haben zwei Fähigkeiten. Die können Filze beschwören und die können diese Roots bursten. Das kann man stunnen einfach. Einfach stunnen oder halt rauslaufen. Und diese Fähigkeit, die Zone ist ein bisschen größer, als sie aussieht. Also lieber einen Schritt weiter weg. An der nächsten Stelle hier haben wir einen Pack, an dem man vorbeilaufen kann. Ganz einfach. So, jetzt hört es genau zu. Man kann hier ganz normal dann vorbeilaufen. Aber, seht ihr die? Die alte hier, die hat gerade Feierlaune. Die hat ein paar Pilze gegessen. Die waren ein bisschen komisch. Und die zappelt rum, wie so ein Hampelmann. Und wenn man gerade in dem Moment, wo man hier ist, da, da, habt ihr gesehen? Da hättest du die gepullt. Und dann pullt die ganze Gruppe. Und aus dem Grund macht man Folgendes. Entweder man kann die Kopfnuss geben. Oder man kann sie ins Gefängnis stecken von einem Demon Hunter. Oder, was wir jetzt gemacht haben, von einem Priester. Man kann da, guck mal, da eine Kopfnuss drauf. Ja, zack, da ist eine Kopfnuss. Oder von einem Priester, man kann Mainz-Sus drauf machen. Gedanken besänftigen, wie auch immer das heißt. Und dann kann man da einfach dran vorbeilaufen. Eine dieser drei Optionen gibt es. Man kann auch Paralyse drauf machen oder wecknocken. Das geht auch. Bei uns im Workshop haben wir ein paar Guides, wie man Trash skippt. So, und damit kommen wir zum nächsten Pack. Das sind wieder die Blumen dabei mit den Einschlägen. Wir haben wieder die Triaden dabei, die einfach Sperre werfen und weg disengagen. Und wir haben die Keeper. Diese Keeper haben zwei Fähigkeiten. Die sehen wir jetzt. Erste Fähigkeit, die beschwören diese Pilze. Die Pilze sind richtig Arsch. So viele Leute sterben an diesen Pilzen. Das Einzige, was ihr beachten müsst, ist Pilze, 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 Pilze. Das sind keine Pilze. Pilze. Wann kommen die Pilzjungs? So, da sind Pilze. Da sind Pilze. Da sind Pilze. Siehst du? Und da läufst du weg von. Weil die sind One-Shot. Also im Hintergrund beachten, während ihr die Keeper macht, Pilze, 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 Pilze. Immer im Kopf. Pilze, 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 Pilze. Wo sind die Pilze? Drei, zwei, eins. Pilze, Pilze, Pilze. Pilze. Guckt auf den Boden. Pilze, ja, nein. Da sind Pilze. Da, 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 da. Weg, 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 weg. Oh, Hilfe. Darauf aufpassen. Man sieht ja schon, wie die fliegen. Das ist die schwerste Mechanik bei der Sache. Einfach nur die ganze Zeit sich Pilze ins Gedanken rufen. Die zweite Mechanik, die sie können, die habt ihr jetzt wahrscheinlich gesehen. Solange diese komischen Pferdemenschen leben, heilen sie alle Pflanzenwesen, und das sind nun mal Pflanzenwesen, permanent auf 100% HP hoch. Wenn ihr also in diesen Pull geht und der Tank Big Pullt, wie ich das jetzt gerade gemacht habe, müsst ihr nicht. Ihr könnt das Ganze in Ruhe pullen. Erst die Pflanzen und dann in Ruhe die Keeper. Wenn ihr das aber Big Pullt, dann macht bitte nur reinen Single Target Damage auf die Keeper. Es bringt überhaupt nichts AOE Damage zu machen. Sieht zwar im Detail geil aus, ja, auf 300, 500k DPS, yeah, aber es ist halt völlig schmachsinnig, weil der ganze Schaden weggeheilt wird. Also seid derjenige, der da verantwortungsbewusst seid, ist und genau weiß, was er tut und auf diese Keeper geht und dann erst auf diese komischen Blätter geht, ja. Wo willst du denn hin, Norman? So, dann retzten wir mal Rabbit. Und dann geht das Ganze jetzt weiter, ja. Das ist halt wichtig, dass man das beachtet und jetzt sind wir schon mehr oder weniger mit dem ganzen Trash zum zweiten Boss fertig, bis auf eine Zusatzart. Hier haben wir schon wieder die zwei Pflanzen mit der Trojade, das haben wir schon vorhin gesehen. Ihr wisst also, wie ihr es tanken könnt. Und was ich gerne als Tankmacher ist, ich stelle mich so hin, dass sie mehr oder weniger mit dem Rücken zur Wand steht. Das heißt, wenn die vom Disengage wegspringt, wenn ich derjenige sein sollte, die springt von irgendwelchen Random Dudes weg, die sie gerade anguckt, right? Aber wenn ich derjenige sein sollte, wenn sie wegspringt, dann springt sie einfach nur gegen die Wand und sie bleibt dann stehen. Na, machst du es? Na? Der wird jetzt gestunt für vier Sekunden. Na komm, spring weg. Du willst es. Du willst es doch auch. Zack, da ist sie weggesprungen. Und zwar nur drei Meter und wir sind immer noch in Cliff Range. Also, manchmal springt die, weil die mit dem Speer einen anderen Spieler anguckt, von diesem Speer, weil die Spell dann gecued ist, weg. Das heißt, stellt euch alle gemeinsam so vor ihr, dass wenn sie springt, nicht irgendwie nach, äh, nicht nach da oben, nach da hinten springen, meine ich. Einfach gegen die Wand springen lassen. Das ist so ein kleiner Zusatz, den man so beachten kann, wenn man an diese Mob-Packs geht. Und damit kommen wir zu den Dwellern. Hier einfach nach und nach. Ganz normalerweise pullt man hier Big und choreografiert hier eine riesen, äh, Orchester an Death, äh, beziehungsweise an Stunts und Kicks und Silences und scheiß drauf. Pullt ein Mob nach den anderen, fixatet sie. Da, Tormenting Eye. Und jetzt müsst ihr genau aufpassen. Wer hat Kick-Ready? Drei Leute haben Kick-Ready. Alle Wieg-Auren, alle Nameplate-Plaketten, Wieg-Auren, alles ist unten in der Kanalbeschreibung verlinkt. Könnt ihr euch alles so runterziehen. Aber wenn ihr hier seht, ne, die casten alle. Der castet jetzt, der castet jetzt. Ich hab noch nen Kick-Ready. Da, zack, den kick ich jetzt. Da haben wir nix mehr ready. Alle Kicks sind jetzt auf Cooldown. Alle Kicks sind auf Cooldown. Was machen wir jetzt? Tauren-Stomp. Bam. Bubel hat nen Kick wieder ready. Das heißt, der wird wahrscheinlich von Blubel gekickt. Zack. Wurde gestunt von dem Pet. Der, Blubel, ist immer noch ready. Zack. Blubel hat gekickt. Ich bin der Nächste. Zack. Ich kann den kicken. Reap. Dings ist der Nächste. Den kann ich grippen. Zack. Der wurde, äh, Vorsicht, hier haben wir noch nen Display. Genau. Da müssen wir drauf aufpassen. Welche Möglichkeit? Hier. Blinding Sleeve. Äh, Tauren-Stomp. Knockback. Äh, Typhoon. Jegliche Sachen. Macht das immer davon abhängig, was da ready ist. Da zum Beispiel. Ich kick noch nicht, weil ich der Einzige bin, der kicken muss. Und ich mach das super late. Jetzt. Weil, umso laterer du das machst, umso, ne, eher werden die CDs von den anderen ready. Und wenn doch noch ein Kick durchkommen sollte, dann ist es einfach nur ein 4, wie ihr hier seht. Perfekt. Und das kann man einfach nur dispellen. Aber in dem Fall ist Dispellen nicht ready, weil man die Dispelle für die Affixe genutzt hat. War cool, zur Chance zu stellen, was überhaupt passiert, wenn es durchkommt. Wenn der Heiler selber natürlich dann gefiert wird, mhm, schwierig, ne? Man kann natürlich auch ein Tremor-Totem stellen, wenn man es geskillt hat. Den letzten Boss, äh, nicht zum letzten Boss, zum nächsten Boss. O-Card. Der Tankbuster auch genannt. Einer wirklich der schwersten Bosse in der ganzen Season auch auf High-Keys Dranical vor allem. Das Erste, was man macht, man kommt ein bisschen näher ran. Damit man die Wurzeln, die spawnen, ineinander spawnt. Der Boss hat jetzt ein paar Fähigkeiten. Erstens, er hat einen, wir fangen mit dem einfachsten an, der hat einen Atem. Der macht regelmäßig einen Atem nach vorne, der massiven Dott hinterlässt. Zwei Sachen dazu beachten. Erstens, unbedingt niemals vor dem Boss stehen. Egal wie der Tank steht, immer drauf aufpassen. So viele Meleys, die aufgrund dessen, weil da Ads sind, in die Ads laufen, die AOEen und dann dabei ausversehen gebreatht werden, ist insane. Niemals vor dem Boss stehen. Die zweite Sache, die man bei dem Breath beachten kann, man kann den outrangen. Man kann einfach weglaufen davon, wegspringen, wegliepen. Ich versuche gleich mal mit Death Advance wegzulaufen, ob es geht. Ich weiß es nicht, habe ich noch nicht ausprobiert hier. So, dann gibt es noch Ads-Beschwören. Er beschwört Roots, die zeigen wir gleich mal. Wir pullen jetzt erstmal so ein bisschen zeittechnisch ein bisschen klos. So, was er jetzt direkt macht, ist Shattered Earth. Knockback. Also, lasst euch nicht zu weit wegnungen. Zack und bumm. Das macht richtig viel Schaden. Dann zusammenkommen Strangling Roots. Diese Roots hinterlassen alle Spieler. Da muss man kein Damage drauf machen. Das Einzige, was man machen kann, ist reinlaufen. Dann wird man gestunt und kriegt Damage. Aber währenddessen laufen diese Roots aus. Und man kann aber, wenn man zum Beispiel ein Hunter ist, kann man Schildkröte ziehen und einfach durch alle Mobs durchlaufen. In der Schildkröte durch alle Mobs durch. Dann triggert man die und es passiert einfach rein gar nichts. Oder noch besser, du kannst als Droide in die Dinger rein und einfach raus shapeshiften. Also dich einfach formwandeln, dann kommst du aus dem Sun raus. Hier, ne? Hier ich auch. Ich gehe mal, okay, jetzt hast du. Oder halt das Beste, was man machen kann, Blubble Kuh gibt sich eine Freedom, ne? Segen der Freiheit. Läuft durch alle Roots durch. Gut ist. Ich habe Icebaum Fortitude. Das heißt, ich drehe den jetzt nicht um, weil der Breath bevorsteht. Da kommt der Breath. So, was ich jetzt machen kann, ich laufe rein. Zack, bin gestunt. Okay, das ist ein Stunt. Es ist ein Root. Es ist kein Stunt. Würde ich mich sonst selber rausholen. Aber ihr seht schon, ihr seid einfach geroutet. Macht euch um diese Roots nicht so viele Gedanken. Was ihr machen solltet, ist einfach nur die Dinger ineinander stecken, falls ihr jemanden dabei habt, der die rausholen. Möchte, damit er nicht komplett durch die gesamte Weltgeschichte laufen möchte. Wir üben das jetzt nochmal mit dem Frontal. Achtung. Der Frontal kommt jetzt und ich laufe weg. Er shattert erst zuerst. So, Breath mich an. Komm schon, du willst es. Breath mich an. Hallo. Da, Breath. Und? Ja, Outrange. Siehst du? Ich habe den Debuff nicht abbekommen. Man kann es Outrange, wenn man da Bock drauf hat zu kiten. Und die letzte Fähigkeit und wahrscheinlich die wichtigste für die Tank. Er nimmt dich in die Hand und bam. 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 Du kriegst fünfmal dein ganzes Leben abgezogen. Da musst du als Tank dann halt was machen. Also die Cast ist ziemlich einfach. Du guckst, dass du mit 100 Runpower reingehst. Als Paladin gehst du mit einem Shining rein und noch fünf Holypower gepult. Halt sich gegen. Als Demon Hunter betest du, dass der Heiler dich während der Dev-CDs einigermaßen gegen heilt, weil nur von den Murmeln zu über Sustain wird ein bisschen hart. Aber das ist ein Zusammenspiel zwischen den Tank-Dev-CDs und Heiler, der so ein bisschen auf die aufpasst mit Externals. Das muss man dann einfach in dem Fall überleben. Das ist einfach nur ein Damage, der reinkommt. Guck in die Weak Aura. Das ist ready, das ist ready, das ist ready. Das ist jetzt nicht nützlich für den Grip. Habe ich jetzt nicht ausprobiert. Aber da muss man einfach gucken, was man dementsprechend dagegen als Tank machen kann. Als Warrior kannst du die ganze Zeit genau Pain spammen. Als Monk bist du eh fein. Als Monk kann ich das eigentlich nicht töten. Da musst du einfach drauf aufpassen. Und dann habt ihr alle Möglichkeiten gelernt. So, jetzt kommen wir zu den Viechern, die hier kommen. Diese Ads, die da sind, die solltet ihr so gut stunnen und kicken. Macht das nicht zu greedy. Also kickt die lieber early als zu spät. Weil vor allem das Problem, was wir jetzt gerade haben, wir haben nun mal die Woche mit Wütend, dann kann man die nicht mehr zerziehen. Das heißt, man zerzieht am Anfang und Single kickt dann am Ende. Das ist auch wieder nur affix bezogen. Wie genau der Mob funktioniert, dazu kommen wir gleich. Diese kleinen Blups, die funktionieren so. Wenn die sterben, explodieren sie nach zwei Sekunden. Und das wissen viele Leute nicht. Guck mal, ob der Damage, der gleich reinkommt. Und. Bam. 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 Wo kommt der Damage her? Der Damage kommt dann, wenn die Ads explodieren. Das üben wir nochmal, indem wir alle gleichzeitig zum Explodieren bringen, statt zu verteilt. Wartet mal kurz, bis alle da sind. Und dann werden wir die mal alle gleichzeitig hochspringen. Dann guckt mal, was passiert. Und das muss man einfach nur wissen. Wenn man das weiß, weiß man Damage Stop machen. Kurz aufwarten. So, den nehmen wir auch mit. So, jetzt töten wir mal alle gleichzeitig. Was passiert mit dem Raid Frame? So, jetzt gucken wir mal. Guckt auf den Raid Frame jetzt. Und. Bam. Brrrr. Bist fast gestorben. Wenn ihr das wisst, dass es einfach verzögert ist, dann wisst ihr, woher das kommt. Die explodieren einfach und das ist super verzögert. Macht die also nicht alle gleichzeitig tot. Macht die einen nach dem anderen. Fokus lieber einen down, der schon eh tot ist. Dann hat der Heiler auch nicht so einen Stress. Und damit kommen wir zu dem zweiten Furious. Dasselbe wie beim ersten Mal. Wir haben nur seine Fähigkeiten nicht benennen können. Der hat zwei Fähigkeiten. Einmal den Charge. Das heißt, ich lasse ihn genau wie die Vögel am Anfang irgendwo gegen die Wand gucken. So, hier zum Beispiel. Zack, Vorsicht, Frontal kommt. Der läuft gegen die Wand. Fertig. Das zweite, was er kann, er kann eine Blutkugel beschwören. Die muss man ausweichen. Das war's. Mit dem Frontal in die Richtung gucken, wo er nicht mitten in die Gruppe chargt. Da ist wieder so eine Blutkugel. Die ausweichen, die macht gut Damage. So, und dann Damage poolen. Poolen bedeutet aufsparen. Alle Fähigkeiten, die man hat, aufsparen. Wartet noch. Drei, zwei, eins. Und Jettla. Brrrr. Und nicht vergessen, Stunnen zuerst und dann gegen Ende erst kicken. Ja, weil gegen Ende sind die immun. Aber nur mit dem Affix. So, Stunnen jetzt. Und kicken, kicken. Kicken. Seht ihr, seht ihr, seht ihr? Der geht durch, durch, geht durch. Und da, oh, der hat sich hochgehalten. Genau. Und das ist aber nur mit dem Affix, mit dem Wütend Affix, wo sie halt immun werden gegenüber CC, sobald sie einen gewissen Threshold erreichen an HP. Aber ansonsten auch da aufpassen. Einfach nur der wichtigste Tipp. Warten doch. Wir haben nur noch fünf Minuten Zeit. Der wird eh gebliegt. Ist egal. Dressaeron. Auch da gibt es einfach nur zwei Sachen zu beachten. Den Boss machen so viele Tanks vor allem falsch. Der ist sehr, sehr einfach. Erstens. Zieh den irgendwo hin. Das ist scheißegal. Wo ist ein kreisrunder Raum. Zieh den irgendwo hin. Aber dann kommt es. Ist egal. Das nächste, was ihr beachten müsst. Drei Fähigkeiten. Und die kommen immer gleich. Es kommt erster Breath. Den kann man sidesteppen. Breath kommt. Ich laufe zur Seite. Er kotzt nach vorne. Das zweite, was man macht. Ist in den Boss reinlaufen. Wenn man im Boss ist. Gibt es kein Knockback. Im Boss nicht. Umso weiter du weg gehst. Umso größer wird der Knockback. Im Boss kein Problem. Gar kein Thema. Das dritte, was er macht. Einschläge in drei. Zwei. Eins. Bumm. Mitten auf mich. So. Und das war's. Und noch mal wirklich damit stoppt. Dass wir das ganz langsam nochmal zeigen. Also ich ziehe den Boss ein bisschen weiter. Da auch noch ein Display nicht vergessen. Dasselbe nochmal. Der Debuff kommt gleich. Wir stellen uns in den Boss rein. Von oben. Wirklich. Im Zentrum. Ja. Wuiuiuiui. Der Heiler fängt jetzt an den Raid zu heilen. Jetzt anfangen. Jetzt den Raid toppen. Jetzt unbedingt Death City ziehen. Jetzt einen Gesundheitsstrank einnehmen. Dann wartet man kurz. Verteilt sich. Guckt, dass man diesen Einschlag baitet. Nicht alle ineinander. Bumm. Da ist er. Bevor der Tank zieht, wartet den Breath noch ab. Da ist der Breath. Und dann gehst du zuerst auf eine neue Position. Das sind die drei Regeln. Das verkacken so viele. Noch einmal. In den Boss rein. Die Heiler fangen langsam an zu gucken, wen sie hochheilen möchten. Wir stellen uns ganz von oben in den Boss, wo es nichts los ist. Jetzt den Raid teilen. Drei. Zwei. Dann baiten. Baiten bedeutet sich dahin stellen, wo es angenehm ist, wenn dort das Erdbeben kommt. Nicht in unsere Laufrichtung. So, Erdbeben kommt. Ist auf mir. Und ich laufe nur noch nicht. Ich laufe erst in drei. Jetzt laufe ich erst. Die Tanks, die sofort laufen und dann den Breath, der zwei Sekunden danach kommt, mitten in die Fresse von den Ranges, die dieses Baiten. Insane. Drei. Bis drei zählen kann jeder. In den Boss rein. Hochheilen. Baiten. Bevor man weiter auf den Breath abwarten. Und das Ganze 5000 Mal wiederholen. Dann ist der Boss tot. So, und jetzt kommen wir zu eines der schlimmsten Gänge. Aber auch nur, wenn man nicht genau weiß, was man kicken muss. Wenn man es nicht genau weiß, weil man sich das nicht merkt, weil die Mobs eine Million Fähigkeiten haben. Mehr als die normalen Klassen-SOD. Dann kickt einfach irgendwas. Hauptsache ihr kickt was. Kickt, Stunt, macht was ihr wollt. Kickt einfach. Ja, kickt das, Stunt das, kickt das, displayt das. So ähnlich wie der erste Pull. Es gibt unterschiedliche Sachen, die unterschiedlich stark ticken. Aber die meisten raffen das nicht und haben auch gar keinen Bock drauf. Kickt einfach irgendwas. Wenn ihr was seht, kickt auf CD. Hauptsache ihr kickt was. Und dann kann die Gruppe und hier auch. Zack, kickt Shadow Ball. Scheißegal, kickt was. Ja. Kommt ein Stunt gleich. Zack. Hier, IMC noch hinterher. Die beiden Jungs haben noch einen Kick ready. So, was mache ich? Tauchen, Stunt, bam. So, Grip kann ich nicht, weil der Dings ist. Kickt einfach. So, nichts passiert. Ja. Die ganze Gruppe hat nichts gemacht, weil jeder irgendwas gekickt hat. Fertig. Damit kommen wir zu den Bratzteakern. Die waren gefährlich, wurden genervt. Die machen alle vier, fünf Sekunden einen Biss auf den Tank, der initial sehr viel Schaden macht. Und so, das wurde genervt halt, das hat sehr, sehr viel Schaden gemacht. Und hinterlässt eine ziemlich eklige Krankheit auf den Tank. Die tickt ziemlich hoch. Das heißt, was ihr machen könnt, wenn ihr wisst, dass die alle vier, fünf Sekunden diesen Angriff machen. Die Mops werden ja circa zehn Sekunden leben, mindestens, right? Das heißt, wenn ihr da reingeht, den ersten Biss kriegt ihr eh ab. Und spätestens ab dem zweiten Biss könntet ihr anfangen zu kiten. Ne, kann man machen. Also, wir gehen jetzt mal rein. Ich zeige euch das mal. Am Anfang, Def-CD ist sie in den drei, zwei, eins. Ich ziehe jetzt ein Def-CD und jetzt fangen sie mich an zu beißen. Pass auf und... Na komm, beiß mich, beiß mich. Ich drehe mich da. Da ist der erste, zweite. Ja, ich habe jetzt zwei, die wurde sofort dispelled. Und der nächste kommt in drei. Da sind nur wieder zwei. Ich wurde wieder dispelled. Und was ich jetzt mache, ich verpiss mich einfach. Ich laufe einfach weg. Die würden mich beißen, kriegen aber mich nicht. Ich bin hier hinten irgendwo. Ich gehe chillen. Ich gehe mir einen Kaffee holen. Warum als Tank da vorne bleiben, weil man Damage geil ist und weil man denkt, ich bin ein starker Tank, ich halte das aus. Dann kriegst du einen Fünfer-Stack. Der Heiler kann dich nicht dispellen, weil es kein Priester ist. Du hängst da mit fünf Debuffs, rottest runter, hast keine Mops zum Angreifen, um dich selber zu sustainen. So. Dann liegst du da wie so ein Schandensack auf dem Boden. Schluck deinen Stolz runter, du bist nicht Vegeta. Keite die Viecher einfach nach den ersten 5, 6 Sekunden. Gut ist. So, hier das selbe Prinzip wie vorhin auch. Einfach kicken, 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 kicken. Alles kicken, kicken,raft, kicken, kicken, kicken. Kicken, 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 kicken. Gut, und damit kommen wir zum Endboss. Wie gesagt, wird nicht in Time, aber wir haben uns auch sehr viel Zeit gelassen zwischendurch. Einfach mal wissen, was erzählt, wie die Bosses funktionieren. Das machen wir hier auch. Der Boss kann eigentlich nicht viel. Der kann Fähigkeiten, die wir gleich in Ruhe alle nacheinander erklären werden. Also, wir fangen auch an. Wir fangen ganz normal, ganz sachte mit dem Damage an, dass wir die Zeit haben zu erklären. Wir verteilen uns ganz sachte um den Boss herum. Wirklich nicht zu weit weg, nicht am Arsch der Welt, aber auch nicht alle ineinander. Das erste, was kommt, ist der Nightmare Bolt. Da, Nightmare Bolt und das muss dispelled werden. Bumm, dispelled. Und derjenige, der in dem Kreis stehen muss, man muss sich in den Kreis reinstellen, denn wenn derjenige alleine steht, dann ist er silenced. Das heißt, wenn wir rauslaufen, geht mal raus gleich mit dem Nächsten, dann sieht man so einen Effekt auf dem Kopf von demjenigen. Du musst jetzt eh raus, die Fähigkeit erklären wir gleich. So, der nächste Nightmare Bolt kommt. Pass auf. Der ist schon gesilenced da vorne, ja. So, der nächste, da ist ein Nightmare Bolt. Wieder auf Bubbel, guck mal ruhig raus. So, seht ihr? Der hat dieses komische Zeichen. Der kann nichts drücken. Man muss erst reinlaufen in ihn. Jetzt ist dieses Angstzeichen weg. Jetzt kann er wieder Damage machen, right? Also, wenn ihr diesen Kreis habt, ihr wollt zu den Leuten hin. Jetzt gibt es aber eine Gegenteilfähigkeit und zwar Growing Paranoia. Das ist genau das Gegenteil. Da müsst ihr weg davon. Weil, wenn ich mich jetzt anfasse, mein Schatz, guck mal, was passiert. Ich fasse ihn an und er wird weggeführt. Das ist, heil ihn, heil ihn, heil ihn. Nino. Ich retze euch, das war ein bisschen asozial. Also, das sind die Fähigkeiten. Bei dem Kreis rein, wenigstens einer. Nur einer reicht. Einer reicht. Und bei dem anderen, Growing Paranoia, raus. Aber er ist jetzt Melee. Das heißt, wenn er auf Max Range steht, das reicht. Also, wir stehen hier unten, er steht oben. Er kann immer noch Damage machen. Als Melee jetzt nicht nach Uganda verpissen, macht euch Damage. So. Und die dritte und schlimmste Fähigkeit, die er kann, ist Feed on the Weak. Das ist ein Sustained Single Target Damage. Und darauf muss der Heiler aufpassen. Also, wir haben wieder die Fähigkeit. Da müssen wir rein. Nicht weglaufen von uns. Growing Paranoia, derjenige muss raus. Da vorne ist er. Und Feed on the Weak machen wir auch da. Das muss geheilt werden. Auf Nino. Gib dir ein DevCD. Heil ihn, heil ihn. Bam, bam, bam. Gib dir was, gib dir was. Zack. Okay. Und dasselbe nochmal. Paranoia. Oh, der hat sich fehlen lassen. Du musst nicht mir in Engel gehen. Oh, unsere Chucky ist ein bisschen überfordert. Ist in Ordnung. Rabbit Paw hat wieder den Kreis. Im Kreis bleiben. Growing Paranoia auf Bubble Kuh. Weg von ihm. So. Und die letzte Fähigkeit ist diese ganzen Einschläge. Wenn die kommen, hinterlassen die einen Debuff auf den Boss. Pro Fläche, die er hat, kriegt er sozusagen ein 5% Damage Increasing Buff. Das heißt, dadurch, dass er jetzt in 10 Flächen stand, macht er 50% mehr Damage. Die Lösung dafür ist, der kann in jedem Cast gezogen werden. Man zieht ihn permanent rum. Man zieht ihn permanent. Zieht und zieht und zieht und dann steckt der Buff auch nicht auf 10 hoch und den kann man dadurch droppen. Und da ist halt die Gefährlichkeit. Du hast den Spot Heal. Du hast einen Kreis mit Silence, wo du dich reinstellen musst. Du hast einen Kreis mit einer 4-Fläche, wo derjenige rauslaufen muss. Und du hast dementsprechend diese Flächen, die auf den Boden kommen und du musst den Boss ziehen. Dass man in diesem Chaos nicht als Gruppe wie so ein Synchronschwimmer Olympia-Quartett da performt, ist normal. Also da lieber Ruhe bewahren. Lieber den Boss einmal weniger moven. Auch mit einem 50% Damage Increasing Buff ist der jetzt nicht so mega hart. Kann man zur Not auch wirklich so wegheilen. Lieber einfach nur darauf vorbereitet sein. Am besten habt ihr jemanden im Voice, der euch sagen kann, ey pass auf, da kommt gleich der 4. Vorsicht, Paranoia auf dir. Geh ein bisschen weiter raus. Ganz in Ruhe und dann schafft ihr den Boss auch. Der erfordert wirklich Übung und der erfordert auch ein bisschen Ruhe und viel Augen aufmachen. Und damit habt ihr den Dungeon auch hoffentlich in Time. Viel Erfolg bei eurem Finsterherstückicht 20+.